Wunderschöne Schneelandschaften. Und ich habe gedacht, ja, das will ich nicht vorhin teilen. Das ist halt der Grund, warum ich YouTube mache. Wenn ich früher was Schönes sah, Natur oder irgendwas, und ich habe mich daran gefreut, dann habe ich gedacht, schade, ich kann das nicht mit anderen teilen. Und das ist an dem YouTube halt das Schöne, dass man auch wunderschöne Sachen teilen kann. Schöngeist. Wunderschöne, ja. Ich bin immer noch krank, aber mir geht es halt schon sehr viel besser. Und gut eignischtet, ja. Ein bisschen habe ich noch was, aber, ja, gut eignischt, das kann man auf frische Luft schaden, da nicht, ja. Also gut Pulle an, gut Schal an, ja. Aber ich halte mich jetzt nicht ewig draußen auf, sondern ich gehe auch gleich wieder rein, ja. Aber nur geschwind raus, paar schöne Aufnahmen machen, ja. Und ich bin jetzt auch bis zu Herpark einen Kilometer gefahren, aber für euch mache ich das. Das lohnt sich, ja. Das lohnt sich, ja.